hallo und herzlich willkommen hier bei minecraft iwillsurvive auf Kellekind.org wir buddeln hier heute ein bisschen rum weil wir brauchen ganz viel bruchstein für die restliche mauer aber soll ja kein problem sein nebenbei können wir uns hier ein schönes räumchen schaffen dann können wir hier unten auch eine schöne farm oder sowas rein bauen wie wir das auf dem survival server auch haben nur alles wesentlich langsamer so dass man mitbekommt was passiert ist wirklich klasse ich finde das wirklich klasse sehr schön feierstein können wir schon mal zwei pfeile machen also minecraft wird immer cooler ist echt übel wie alt dieses spiel schon ist und wie viel da dran rum gebastelt wird es echt der hammer klonk dann verschwinden wir erstmal noch hier die spitzhacke nicht die gute ich habe angst ich höre lava das ist nicht gut die scheint irgendwo hier hinten zu sein da müssen wir ein bisschen aufpassen nicht dass wir uns selber grillen das muss nicht unbedingt sein obwohl ich ja gegen so einen kleinen ich hasse dieser dieser ich weiß gar nicht wie diese lemmige dinge da heißen diese diese keller asseln mistvieh wenn ich diese keller asseln in der nähe habe hieß das nicht dass da irgendwas in der nähe ist was wertvolles da dass das Achso, noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge, also ich wusste bis jetzt nur, dass man Hühnchen durch Eier auf den Boden schmeißen kann, aber wie mir zugetragen wurde, kann man das auch einfach mit Samen machen, man gibt Hühnchen Samen und dann paaren die sich. Kann das vielleicht auch sein, dass Speedy das in der letzten Folge, also wo Speedy dabei erzählt hat? Ich weiß es gar nicht. Ich mag das nicht, dass das hier vor mir so blubbert. Das ist sehr irritierend. So, jetzt unsere gute Eisensplitzhacke. Was haben wir denn hier für Kohleader vorkommen? Das ist ja echt übel. Warum kann ich denn sowas nicht mit Diamanten haben? Sehr schön, haben wir die Kohle hier rausbekommen, ohne uns selbst zu grillen. Wunderbar. Musik setzt wieder perfekt ein zum Arbeiten, das ist klasse. Musik schon so viel gebuddelt noch so wenige steine aber ich vermisse meine diamant spitzhacke vom smp das wird auch bald eingeführt aber dann müssen wir gleich noch mal hoch und eine neue eisenspitzhacke machen machen wir uns gleich zwei wir haben ja noch sechs eisen im ofen liegen das reicht ja perfekt gut 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 Ich komme dem Geblubber immer näher, das macht mir langsam echt Angst. Klausel! Mistig. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch, bauen uns zwei neue Spitzhacken, da muss ich lang. Wird jetzt wohl hoffentlich draußen wieder hell sein, haben wir jetzt hoffentlich lang genug gebuddelt. Ah, da dringt Licht ein, Licht mag der Emker. Ich finde das schön, kommt nach Hause, keine Viecher vor der Tür, so muss das sein. So, Stöckchen, wo hatte ich Stöckchen, 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 Stöckchen. Nur noch drei, das reicht nicht ganz. Das hat doch hier irgendwo eben noch Fichtenholz abgelegt. So. Hä? Dich wollte ich da nicht hinsetzen. Das blöde Drangelaufen. So. Fichtenholzbatter. Zack. Aaaaaah, nicht. Ah! Ich spiele macht nicht was ich will. Niemals, niemals macht es das. so ganz vergessen so ne es waren sogar 13 die er uns gemacht hat ich mich völlig verzählt und dann haben wir sogar noch einen übrig und vier Eisenspitzhacken dann kann es weitergehen so ablegen hier nicht brauchen feuerstein lege ich mal hier jetzt unsere hier rein dann gehen wir wieder fleißig in die mine in die mine wie die zwerge bei schneewittchen steine klopfen macht uns froh oh Brains Böse Echse Böse Echse oh man Böse Echse naja sonderlich hell ist es jetzt hier nicht geworden naja das Duel Wild ist schon ne feine Sache aber so 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 weil wir ja eigentlich schon im Diamant Zeitalter sind das Video das nächste mal sieht wird er mir wieder erzählen strukturiertes Graben und so aber ich würde sagen wir graben so wie uns der Hut gewachsen ist oh schön noch mehr Eisen viel Eisen noch mehr Eisen jetzt kann ich auch langsam verstehen warum Jeef immer so geil darauf ist Aluminereiden aus abzubauen das muss man normalerweise anscheinend machen meine Minecraft Erfahrungen bis jetzt waren eigentlich immer mehr in die Richtung wo kommt die Milch her aus dem Supermarkt es war halt immer alles da und ich habe bis jetzt immer den schnellsten Supermarkt gehabt den es gibt Speedy Mart oh Gott müssen wir nochmal ein paar Fackeln setzen wir sind ja nicht arm in der Beziehung damit uns hier mal keiner überrascht Mistviech ich habe das Ding doch jetzt nicht getötet hat sich das in den Stein rein versteckt oder merkwürdig naja wir werden das gleich feststellen ich habe das Ding doch jetzt nicht getötet wie schnell sich diese Spitzhacken verbrauchen wie schnell sich diese Spitzhacken verbrauchen Ohne Verzauberung ist echt der Hammer. Also ich bräuchte hier echt mal irgendwas mit Haltbarkeit. Aber das lohnt sich bei euch hier überhaupt nicht. Er hat sich wirklich im Stein versteckt. So, Hammer. Ich habe jetzt gerade im selben Zug auch was Zichen gehört. Und da habe ich doch einen Script. Es ist hier irgendwo noch eine Höhle. Ist echt geil hier unter unserem Startgebiet was hier an Höhlen und allem ist. Vielleicht haben wir da ja auch Glück und finden dann nochmal Diamanten. Da werden wir dann aber erst in einer der nächsten Folgen mal hingraben. Viecher. So, mit dem. Ohne, wird mir ja langsam ein bisschen viel, Jungs. Irgendwas zum Essen noch dabei. Haus einfach rottetes Fleisch. Abziehlich, nein. So. 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 Okay. So. So, okay. So. So. den block machen wir noch weg und dann gehen wir wieder hoch schmelzen ein bisschen eisen ein und beenden dann gleich auch schon wieder die folge so schlimm wie die zeit rum geht ich habe kaum irgendwas geschafft was ich eben gemerkt habe wenn man auf so einen stein draufklopft wo so ein viech drin ist dann braucht das länger zum abbauen da haben wir jetzt erst mal genug stein das sollte erst mal ein bisschen duster verratet es nicht im speedy warum habe ich jetzt eigentlich die fackele in die zweite hand genug ich bin manchmal schon echt verpeilt das sieht cool aus wie so kampfstäbe draußen ist garantiert wieder dunkel es wird gerade weh oder wird es gerade wieder hell oder wird es jetzt dunkel ich glaube es wird hell wundervoll doch nichts schöneres als ein sonnenaufgang da ist nicht mehr so viel kohle drin ja den nehmen wir doch einmal eisenerz bitte eisenerz ist super redstone haben wir ein bisschen was gefunden das freut mich sehr hier in unserer kammer davon werden wir aber in zukunft doch einiges brauchen und andesit andesit kann ich für den moment nicht gebrauchen das fliegt hier rein genauso wie das granit das theorit nehme ich auch erstmal nicht mit und für die mauer die wir in der nächsten folge dann weiter bauen brauche ich erstmal nur bruchstein bruchstein ein kind stirbt und da kommt hier ordentlich was raus das ist sehr schön so aber ich gehe jetzt erstmal auf die jagd nach was zu essen mal gucken mal gucken ob wir noch ein paar rinder finden oder irgend sowas die gab es ja hier hinten die die das die 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 So, wir brauchen aber noch ein paar mehr von dir. Das Wasser sieht so schön aus. Boah, das ist ja geil gerendert, äh, generiert. Das hat ja was. Oh, Schafe. Schafe sind cool. Die ganze Schafpopulation hier ausgerottet. War doch eben noch eins. Schäfchen. Aber das ist cool. Das hat echt was hier oben. Cool gemacht. So, dann mal wieder zurück. Wie viel Schaffleisch haben wir denn? Fünf. Lecker, lecker. Das hält dann doch mal wieder einen Tag vor. Oh, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja, ich hab's befürchtet. Ja, ich weiß, dass ich Hunger hab. Ja. Aua. Aber wir spielen ja Gott sei Dank nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. weil sonst wäre ich jetzt tot. Was ist da? Ah, die Blume hat so komisch ausgesehen. Diese verrückte Musik. Oh, Mann. So, einmal Hammelfleisch grillen und einmal rohes Rindfleisch. Wir nehmen das Eis mit. Und wir haben auch drei weiße Wolle gesammelt. Und das finde ich wunderschön. Die Wolle schmeißen wir mal hier rein. Ja, und das Eisen machen wir hier hin. Komm, was zu essen. Wurst zum Essen. So, nachdem wir uns jetzt wieder Pappe satt gegessen haben. Würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter an der Mauer bauen. Und bis dahin, ich wünsche euch noch eine gute Zeit hier bei Minecraft I Will Survive auf Kelleck & Org. Ciao.